Sie sehen nun den Spendenaufruf des Bundespräsidenten zur Woche der Welthungerhilfe. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ich wende mich heute an Sie, weil ich weiß, wie viele Menschen in Deutschland offen sind für die Nöte bedrohter Menschen. Das haben wir, um nur ein Beispiel zu nennen, an der Hilfsbereitschaft gesehen, die zahllose Menschen im Land bei der Aufnahme von Flüchtlingen gezeigt haben. Diese Solidarität macht Mut, auch für andere Teile der Welt um Hilfe zu bitten. Denn wir wissen, die große Mehrzahl der Flüchtlinge wird nicht nach Deutschland, auch nicht nach Europa kommen. Die meisten suchen in ihren Heimatländern oder den Nachbarländern Schutz. Viele deutsche Organisationen kümmern sich um diese Menschen. Allein die Welthungerhilfe unterstützt zwei Millionen Flüchtlinge, auch Vertriebene, auch in Regionen, in denen das schwierig oder gefährlich ist. Zum Beispiel in Syrien und seinen Nachbarländern. Millionen Menschen, die vor dem brutalen Krieg dort geflohen sind, benötigen Nahrungsmittel und sauberes Wasser, Kleidung und Unterkunft. Aber sie brauchen auch eine Perspektive, um in Würde leben zu können. Oder im Südsudan. Dort sind weit mehr als eine Million Menschen auf der Flucht. Viele sind bei Landsleuten untergekommen und versuchen unter schwierigsten Bedingungen eine Zukunft für sich und ihre Kinder aufzubauen. Die Welthungerhilfe unterstützt sie dabei. Dank ihrer Spenden kann sie zum Beispiel Saatgut ausgeben und beim Bau von Schulen helfen. All das zeigt, jede und jeder kann etwas tun. Und gemeinsam können wir etwas bewirken. Deshalb bitte ich Sie, unterstützen Sie die Welthungerhilfe. Wenn Sie die Arbeit der Welthungerhilfe unterstützen möchten, können Sie spenden. Auf das Konto DE 15 3705 0198 0000 0011 15 1 0190 0000 15 Untertitelung des ZDF, 2020